Nach Psalm 47, 2 Mit Leib und Seele Klatschen wir in die Hände, verlassen wir unsere erstarrten Gottesdienstformen, loben wir dich mit Leib und Seele. Unser ganzes Sein soll in Bewegung geraten, durch dein befreiendes Wort. Tanzen wollen wir, um im Kreis dich als Mitte zu feiern. Die neue Lebenskraft schenkt. Setze unserer Fantasie keine Grenzen, um dich mit immer neuen Formen als verbindende und bewegende Kraft im Leben zu erfahren.